Hallo zusammen, ich bin Basile, ich bin Produktionsmechaniker im zweiten Lehrjahr. Ich heisse Yves, ich mache meine Ausbildung im zweiten Lehrjahr. Wir würden euch jetzt gerne unseren Betrieb zeigen. Let's go! Am Job gefällt mir vor allem den Prozess zu sehen, wie ein Teil hergestellt wird und dass es viele Wege gibt, das zu erreichen. Hier arbeite ich auf einer CNC-gesteuerten Maschine. Mit der Technik ist es möglich, Maschinenteile schnell und präzise herzustellen. Besonders finde ich am Abisberg, dass man immer auf Unterstützung zählen kann. Ausserdem gefällt mir das Umfeld. Mein Beruf gefällt, dass es abwechslungsreich ist und dass es genau und sauber sein muss. Zu meinen Tätigkeiten gehört auch Schweissen. Ich finde es cool, wenn ich Funken sprühe. Also wenn ich mal Unterstützung brauche oder Hilfe habe, das Problem, sei es beim Arbeiten oder in der Schule, dann kann ich immer zu meinen Lehrmeistern gehen und sie unterstützen mich. Hier arbeite ich an einer Drehmaschine. Und sie bohren und vieles mehr. Hier arbeite ich gerade auf einer Drehbank. Mit dieser wird man runde Teile bearbeitet. Diese werden später in Maschine eingesetzt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns auf eure Bewerbung. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. EIN. horiz人民 מתauf vindf Southie. Tschüss.